hey meine freunde was geht ab euch x7 am start am dominations mittwoch und schaut euch an was wir jetzt machen können ich freue mich so wahnsinnig dass wir es auch noch gemeinsam in einem video zusammen erleben und dass ich das nicht auf screen mache beziehungsweise dass ich nicht aufnehmen kann und dann ich bin im mittelalter sondern dass wir es gemeinsam jetzt hier zusammen erreichen können feiern können wobei er so besonders ist das nicht so gut wie die hälfte von euch ist schon im mittelalter und ich hänge ein bisschen hinterher beziehungsweise ich habe mir einfach zeit gelassen wir fahren jetzt diesen bär ich habe ein bisschen ich wollte schon elix und gold ich habe schon bis ich habe noch ein bisschen gold und nahrung das heißt wir können gleich gucken was wir bauen können was alles neues gibt was wir aufwerten werden und ich freue mich da wirklich sehr 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 drauf wir gucken uns alles gemeinsam jetzt in ruhe an also soll ich auf diesen knopf drücken ich werde drauf drücken bam holy so viele neue sachen also wir kriegen zehn neue mauern zehn neue straßen ein katapult was sehr sehr hilfreich für die verteidigung ist dann auch noch ein stall auch sehr gut für die verteidigung und dann auch noch eine balliste zwei nein drei neue fallen eine neue karawane eine neue farm und die burg die burg da freue ich mich wirklich sehr drauf wir sind im mittelalter wow wir kriegen sogar ein feuerwerk die haben das hier übrigens neu neu gemacht wie soll ich das sagen wenn man jetzt auf seinen namen klickt dann hat man sein eigenes profil ich finde das richtig gut da sieht man seine wunder da sieht man seine nation seine stufe also dass man quasi mittelalter ist wie viele erfahrungspunkte einem noch fehlen und wie weit der entwicklungsfortschritt ist ich finde das einfach richtig 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 gut dass sie es jetzt so gemacht haben und das spiel wird immer besser also ich bin damit sehr zufrieden ich kam in letzter zeit wirklich nicht zum spielen aber immerhin so wir könnten jetzt revolution machen wenn wir ein anderes wunder oder eine andere nation wählen wollen das kostet 600 kron brauchen wir natürlich nicht das letzte wird dann das schießpulverzeitalter sein da gibt es dann auch wieder neue wunder aber darum kümmern wir uns jetzt nicht so wir gehen in den shop als erstes ham ich würde sagen wir kaufen als erstes eine karawane das können wir direkt beenden dann kaufen wir eine farm wir werden auch die ganze base ähm komplett nochmal umbauen weil es gibt sehr viel neuen kram und dann werden wir natürlich ein anderes layout brauchen wie teile wie lange dauert das 15 minuten ne ähm jetzt bauen wir direkt mal hier eine straße damit das damit auch noch verbunden ist und vielleicht auch bis dahinten dann können wir das auch noch verbinden und was noch hier nichts hier nichts setzen wir das einfach mal keine ahnung huch ähm da oben einfach hin wir haben noch okay eine straße dann machen wir die einfach so dahin so so ähm dann das haus das was ich noch vom vom von der antike habe beziehungsweise noch nicht gekauft habe amie die burg 850.000 holy so viel können wir noch nicht mal halten okay dann werden wir unsere lager aufwerten müssen wir können jetzt einen stall kaufen eine balliste ein katapult wir kaufen jetzt als erstes natürlich die fallen dann würde ich sagen wir setzen ja hier drin noch eine rein dann die andere setzen wir nach hier weil da von da werde ich oft angegriffen dann die letzte die kommt dann einfach hier rein damit die aufgehalten werden wenn die in die lager wenn die an die lager wollen wir werden natürlich komplett 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 umbauen aber erst wenn wir alle gebäude haben und wenn ich dann ich weiß nicht ob das hinhaut vielleicht müsste ich auch ein bisschen neues land dafür kaufen so wir können jetzt die mauern kaufen oder ne wir kaufen jetzt die mauern würde ich sagen einfach also es ist jetzt noch schwachsinnig die mauern zu kaufen weil die nichts bringen aber ich setze die einfach mal hier oben hin ähm nur damit wir sich schon mal gekauft haben das sind alle 80 stück die werden wir dann irgendwo äh verbauen können ich bin mir selbst noch nicht sicher so was werde ich als erstes aufwerten könnten wir das schon wir können unsere camps aufwerten beziehungsweise unsere kasernen nicht mit meinem loot aber das werden wir demnächst machen weil das sehr wichtig ist dann können wir noch mehr truppen mitnehmen äh dann werden die kämpfe angenehmer das kostet einfach mal 1,5 millionen holy ähm ich denke das wichtigste was wir jetzt aufwerten und auch aufwerten können von unseren kosten wird als erstes die kriege die schmiede sein nicht kriegsakademie warum die schmiede wir kriegen dann endlich caesars legion die werden so was von abgehen das heißt wir werden als erstes mit unseren 250.000 nahrung mit den vier arbeitern einen tag lang die schmiede aufwerten jetzt haben wir noch 3000 gut dass das so gut gepasst hat ähm und jetzt mit dem gold werden wir die bücherei aufwerten weil die bücherei ist wirklich so 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 gut wir könnten natürlich hier das schon wieder aufwerten da habe ich ja ich habe ja das geld gespart für das stadtzentrum und für die mauern das werden wir dann demnächst machen und hier das wird wahrscheinlich sehr sehr teuer werden aber dann haben wir wieder ein paar neue sachen und ich denke die bücherei ist es wert als erstes aufgewertet zu werden die kostet 90.000 ok dann können wir hier ein bisschen was in die mauern investieren wir nehmen einfach mal alle mauern oder wir machen die nein die straßen kosten 320.000 ok wir wollen natürlich auch bald die straßen verbessern mal sehen wie die mauern 90.000 ok aber wir wollen natürlich auch bald die 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 straßen verbessern weil das wirklich sehr hilfreich ist dann kriegt man richtig viel gold dazu aber jetzt als erstes natürlich schmeißen wir die bücherei an zack acht stunden und 24 stunden alle arbeiter verbraucht wir könnten wir hätten jetzt noch zwei arbeiter zusätzlich aber dafür müssen wir erst mal das kaufen es kommt jetzt einiges auf uns vor wir haben jetzt sehr 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 viel zu tun alle gebäude müssen aufgewertet werden vor allem die märkte und die mühlen damit wir mehr halten können und ich freue mich wenn ich dann endlich also die sachen sind ja hier schnell gekauft das werde ich habe ich wahrscheinlich dann im nächsten video nur diese burg die hätte ich sehr sehr gerne und die kostet sehr 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 viel da müssen wir auch ein bisschen mit den orden hoch damit wir stärkere gegner endlich finden können weil hier unten findet man schlecht gegner beziehungsweise in den videos hatte ich jetzt sehr sehr oft glück aber ich denke wenn wir mit den orden höher gehen dann finden wir noch einfache gegner die ganz 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 viel loot haben also es kommt viel auf uns vor ich hoffe ihr seid genauso gespannt darauf wie ich und ich bin auch selbst selbst wirklich gespannt welches layout ich denn dann nehmen werde wenn ich alle gebäude habe jetzt am anfang ist es ein bisschen chaos hier wobei bisher noch nicht ich habe ja noch nicht wirklich was neues gekauft aber wenn ich dann die neue die neue balliste und das neue katapult gekauft habe und den stall dann wird das ein bisschen durcheinander werden aber ja wir werden uns dann was schönes zusammenbauen wie teure sind die sachen das ist eigentlich ziemlich günstig das teure ist nur der tempel die kriegsakademie und dann natürlich das söldnerlager und die die kasernen gehen auch noch eigentlich nur die balliste geht auch nein balliste und türme sind teuer katapult auch teuer wir haben einiges zu tun und einiges an loot zusammen zu sammeln gutes deutsch ja ich freue mich dass wir jetzt im mittelalter sind ich hoffe ihr freut euch auch und wir sehen uns dann in einem anderen dominations video wieder entweder mittwochs oder samstags ist es sehr spät gerade abends ich bin müde und ich freue mich trotzdem so unglaublich sehr darauf endlich im mittelalter muss ja endlich mal hinterher kommen bei euch ihr seid ja so so weit vorne das freut mich immer zu sehen wenn ich so tolle bases bei euch besuchen kann naja vielleicht kann mir der ein oder andere vielleicht irgendeinen ratschlag geben wie ich schnell an loot komme aber ich denke da habe ich keine probleme aber vielleicht hat ja einer einen tipp oder so oder worauf ich achten soll jetzt im mittelalter könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben ich freue mich da drauf und an dieser stelle viele grüße an alle die ich bisher besucht habe und die ich noch nicht besucht habe ich hoffe euch geht es gut und wir sehen uns in einem anderen video wieder haut rein freunde bis zum nächsten mal ciao